Shalom zusammen, ich bin der Joel und wir haben Freude am Wort. Wir haben Freude an dem Ersten und an dem Zweiten Testament. An dem Zweiten Testament gibt es diese geniale Apostelgeschichte und in Kapitel 7 gibt Stephanus das Zeugnis vor dem Hohen Rat. Wichtig ist zu wissen, dass Stephanus voll von Heiligen Geistes und Weisheit war. Also hier wird über die Brüder geschrieben, die dann eingesetzt wurden als Diakone. Und hier steht dann noch speziell, dass Stephanus ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes war. Und etwas später steht dann nochmal, dass er voll von Glauben und Kraft Wunder und große Zeichen unter dem Volk hat. Und das ist Apostelgeschichte 6. Und in 7, wo er dann das Zeugnis gibt, im Prinzip durch den Heiligen Geist, gibt er einen Geschichtsunterricht für alle, die zuhören. Und relativ spät spricht er dann, ihr habt die Hütte des Moloch und das Sternbild eures Gottes Rephan umhergetragen. Die Bilder, die ihr gemacht habt, um sie anzubeten. Und ich werde euch wegführen über Babylon hinaus. Und dieses Sternbild eures Gottes Rephan ist interessant, wenn wir da in Amos reinschauen, in dem masoretischen Text, hast du wahrscheinlich noch nicht gehört. Das ist der Text, der hebräische Text, der als Grundlage für praktisch alle heute verfügbaren Bibelübersetzungen benutzt wird. Vom sogenannten Alten Testament, das ich gern Erstes Testament nenne. Und da steht drin, habt ihr etwa mir während der 40 Jahre in der Wüste Schlachtopfer und Speisopfer dargebracht, ihr vom Haus Israel, ihr habt die Hütte, Hütten eures Moloch und von Kaiwan, jetzt steht hier, Bezeichnung eines Sternbilds, das im griechischen Reh, im Remfan, genau, genannt wird. Eure Götzenbilder getragen, das Sternbild, eure Götter, die ihr euch gemacht habt. Und wenn wir in die Septuaginta reinschauen, das sieht man jetzt hier nicht direkt, dass das die Septuaginta ist, aber du kannst gerne auf 2001translation.org mal gehen, sehr spannend. Also wenn du Englisch kannst, das ist eine Übersetzung von Freiwilligen, die diese Septuaginta übersetzt haben. Septuaginta sind 70 Männer gewesen, die circa 200-300 vor Christus das hebräische, alte Erste Testament, übersetzt haben ins Griechische, weil zu der Zeit schon sehr viele Leute einfach kein Hebräisch mehr konnten. Und es gibt viele Bibelstellen, wo man sehen kann, dass Paulus daraus zitiert. Wenn dich das interessiert, schreib das doch in die Kommentare, dann werden wir da mal eine Untersuchung starten und ein weiteres Video machen. Jedenfalls steht dann hier auf Englisch in Vers 26, but then you chose Moloch's tent, also übersetzt, aber dann habt ihr Moloch's Hütte oder Zelt gewählt, und den Stern von Remfan oder Reifan in dem Fall, um ihm zu dienen, um Gott zu dienen oder um diesem Gott Reifan zu dienen. You molded idols of them for yourselves. Was übersetzt heißt, ihr habt aus ihnen gegossene Bildnisse oder Götzen oder Idole gemacht. Also sehen wir hier, dass Moloch und auch Reifan wirklich vorkommt, sehr wahrscheinlich im Hebräischen. Deshalb zitiert es ja auch der Heilige Geist durch Stephanus an dieser Stelle. Und wenn wir da mal danach suchen, nach dem Stern von Reifan oder Remfan, das Ganze auf Englisch, dann kommen wir hier hin. Und dir würde auffallen, dass da eine Flagge zu sehen ist, nämlich diese hier. Und dann wird dir auffallen, dass das Ganze dieses Land ist, das diesen Namen hat. Aber die Frage ist dann, wieso spricht Stephanus über einen Stern von dem Gott Reifan, wenn das jetzt hier ein politischer Staat Israel ist und nicht der Stern von David. Spannend ist dann auch zu sehen, dass die sogenannte katholische Kirche dieses Zeichen auf ihrem Oberhaupt, auf der Krone oder Kopfschmuck mal generell hat. Ich gebe es dir einfach mal so mit, falls du irgendwelche weiteren Fragen hast. Gerne in die Kommentare schreiben. Es ist ein interessantes Thema, wo wir einen kleinen Hinweis haben in Apostelgeschichte 7,43, wo Stephanus über das Sternbild eures Gottes Reifan spricht. Ja, mal soweit gebe ich euch das mit. Und ihr dürft es gerne weitergeben an andere. Ich denke, das ist ein sehr interessantes Thema, weil es nur sehr wenig Leute wissen, wie da die Zusammenhänge sind. Und du kannst sicherlich das gut weitergeben an weitere Personen. Shalom zusammen und bis zum nächsten Mal. Shalom. 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 Shalom.